Willkommen Leute zu einer neuen Challenge! Und zwar gegen Kuwait 888! Ich bin mal gespannt, wie die Kämpfe so verlaufen werden. Vor Arkana. Hmm. Okay. Wo ist Alina? Und Luma nicht zu vergessen. Oh. Fluff, Fluff. Oh. 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 Okay, das war wahrscheinlich so geplant für ihn. Oh, tschüss. Ah, komm. Wow. Nein. Okay. Ich habe halt noch keine Erfahrung gegen Rosalina. Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018 Und tschüss. Schon mal 1 zu 0 für mich. Also ich wechsle eigentlich immer den Charakter. Egal wie stark der Gegner ist. Jetzt kommt mein Quachutsu. Gegen seiner Rosalina. Egal wie stark der Gegner ist. 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 Okay, mit Quatsch Tutzu fähle ich. What the fuck? 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 Quatsch dazu ist Fail. Ach komm! Egal! Drei, zwei, eins, los! Drei, zwei, eins, los! Blech! Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! Das war ein Fehler! Ja! 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 Und da ist es vorbei! Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018